Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie fit bleiben wollen, dann machen Sie, wie ich, täglich 50 Kilometer am Ort. Und wenn ich es mal nicht schaffe, dann mache ich einen Joghurttag. Denn trotz der vielen Aufbaustoffe haben die Joghurt nämlich wenige Kalorien. Ein Ausgleich muss sein, und ich bin da nicht allein. Dann auch die charmante Dame da, denke ich beim Joghurtessen an die schlank Linie. Und die Kinder nützen die vielen Aufbaustoffe, die im Joghurt enthalten sind. Und auch die älteren Leute halten sich mit Joghurt fit. Denn im Joghurt hat es viel, was man braucht. Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiss und Kohlenhydrate. So vielseitig kann man also Joghurt verwenden? Und so vielseitig ist auch die Auswahl beim Coop. Vollmilchjoghurt. Joghurt aus Teilentramter Milch. Joghurt Natur. Joghurt mit extra viel Früchte. Und sogar Diätjoghurt. Alle so günstig wie eben alles beim Coop. Und für Ihre tägliche Fitness haben wir uns noch ein spezielles Rezept ausgedankt. Der Fitness-Trink. Und so wird's gemacht. Rühren Sie ein Ei und zwei bis drei Kaffelöffel Zucker schaumig. Am besten nehmen Sie Frucht- oder Traubenzucker. Gehen Sie ein Joghurt-Natu dazu. Verrühren Sie das Ganze gut. Und jetzt können Sie je nach Geschmack Ihren Fitness-Trink mit mehr oder weniger Orangensaft verdünnen. Zum Wohl. Heute haben wir noch ganz eine aktuelle Meldung. Speziell für alle Leute im Gebiet von Wetzikon im Kanton Zürich. Morgen am 8. wird in Wetzikon ein neue Coop-Superzenter eröffnet. Der bietet wirklich alles unter einem Dach. Bis zum nächsten Dienstag gibt's zu Aktionspreisen in den mehr als 1500 Coop-Läden 500 Gramm ausländischer Waldhonig 1 Liter Dorina-Sonnenblumenöl 270 Gramm Zweifelbombechips Ausländische Boulet Pfannenfertig Tiefgekühlt Und nur morgen, übermorgen am Samstag gibt's als Hit am Wochenende die 4 Kilo Trommler Persil, Vollwaschmittel und der feine Aprikosenkräg an 330 Gramm Ein ganz besonderer Schlager ist die Teflon-Bratpfanne und zwar im Preis und in der Qualität Sie ist aus Hartaluminium hat einen speziellen Elektroboden wo Sie an den Rillen da erkennen Die Rillen sind auch dazu da dass die Pfanne auch bei grösster Hitze flach auf der Platte liegt und so keine Wärmeverluste entsteht Sie hat einen speziell dicken Boden und garantiert eine lange Lebensdauer Aussen ist die Pfanne schön braun emailliert und innen mit Teflon beschichtet Sie ist für elektrisch und auch für Gas geeignet Und jetzt zu unserem Oktoberwettbewerb Wie immer, drei Produkte, die Sie heute gesehen haben auf der Postkarte Anse Go-Ob-Mittwoch-Studio Postfach 4099 Basel Unter allen richtigen Einsender werden wir 5000 Franken Haushaltungsgeld verlosen Einsendeschluss ist der 24. Oktober 1977 So, das wäre es gewesen für heute Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch Um die gleiche Zeit Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mal